Paris Saint-Germain ist am 20. Spieltag in Frankreichs Ligue 1 zu einem 3-0-Auswärts-Erfolg bei Amins bekommen. Ohne Neymar glänzte vor allen Dingen Julian Draxler ohne sich dabei selbst in die Torschützenliste einzutragen. OSC Lille gewann ebenfalls und bleibt damit extra Verfolger der Hauptstädter. Erlebe die Liga eine Live- und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Am Sonntagabend steht noch das mit Spannung erwartete Südfrankreich-Duell zwischen Olympique Marseille und dem Tabellenvorletzten aus Monaco an. Amins, Paris Saint-Germain 0 zu 3, 0 zu 0, Tore, 0 zu 1, Cavani, 57. Handelfmeter, 0 zu 2, Mbappé, 70. 0 zu 3, Marco Inhoos, 79. Gelb-Rot, Adenon, 66. Amins, 10. Lille 1 zu 3, 0 zu 2, Tore, 0 zu 1, Pepe, 8. 0 zu 2, Raphael Liao, 20. 0 zu 3, Luis Araujo, 90. 3, 1 zu 3, Ninger, 90. 5, Rot, Celic, 84. Lille, Lyon, Reims, 1 zu 1, 0 zu 1, Tore, 0 zu 1, Ciavarria, 34. 1 zu 1, Tauré, 70. Ging-Emp, 7. Etienne 0 zu 1, 0 zu 1, Tore, 0 zu 1, Cazerie, 6. Nizza, Bordeaux, 1 zu 0, 1 zu 0, Tore, 1 zu 0, Cémoxime, 16. Elfmeter. Nantes, Prennes, so, 15 Uhr, Lyon, Montpellier, so, 17 Uhr, Toulouse, Straßburg, so, 17 Uhr, Marseille, Monaco, so, 21 Uhr, Nimes, Angers, verlegt. Nantes, Prennes, so, 18 Uhr, 19.